Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach Tabellen aus unterschiedlichen Tabellen blättern und vor allem aus unterschiedlichen Dateien in eine Datei zusammenfassen kannst. Und nicht nur das, wir haben hier einen eigenen Ordner mit mehreren Dateien und jedes Mal, wenn hier eine neue hinzukommt, also zum Beispiel wenn ich hier den April reinkopiere, dann wird sie automatisch in meiner großen Auswertung hinzugefügt und ich muss nichts weitermachen. Das heißt, falls du ab jetzt wirklich viel Zeit mit deinen Auswertungen sparen möchtest, dann bleib jetzt dran. Unsere Ausgangsbasis sind in dem Fall drei Auswertungen vom Januar, vom Februar und vom März. Diese können zum Beispiel aus einem Buchungsprogramm aus SAP oder wie auch immer starten. Wir können uns so ein Dokument einmal anschauen. Im Grunde ist es immer ein Tabellenblatt und in dem Tabellenblatt ist eben die Auswertungen. Die habe ich sogar ein bisschen schon formatiert. Das muss natürlich nicht sein. Ich habe hier zum Beispiel sogar schon Formatierungen drin, die können wir aber später natürlich ändern. Ich habe hier das Datum drin, das heißt, ich weiß ganz genau, wann das passiert. Und dieses Dokument habe ich für jeden Monat. Das heißt, jedes Monat kriege ich eine neue Auswertung, die ich natürlich am Ende des Monats in eine große Jahresauswertung hineinspeisen möchte, damit ich dort den Überblick habe. Aus diesem Grund habe ich hier eine Auswertungsdatei. Ganz wichtig, diese Auswertungsdatei darf nicht im Ordner drin sein, wo die restlichen Dateien drin sind. Das heißt, diesen Ordner einfach irgendwo hinkopieren, wo man leicht Zugriff hat. Die Auswertungsdatei ist aber völlig egal, wo sie ist. Hauptsache, sie ist nicht im selben Ordner. Wir haben jetzt einfach eine leere Tabelle. In unserem Fall eben die Auswertungstabelle. Die ist komplett leer. Das heißt, da ist nichts drinnen. Keine Tabellen und keine Tabellenblätter. Das erste, was wir machen, wir gehen in die Registerkarte Daten. Hier gehen wir unter Daten abrufen, auf Aus Datei und hier gehen wir auf Aus Ordner. Dann navigieren wir zum Ordner, in dem unser Ordner liegt. Das heißt, unser Ordner liegt in dem Fall am Desktop und das ist unser Datenordner. Den markieren wir jetzt, wir gehen aber nicht rein. Was wir jetzt machen, ist einfach, wir markieren ihn und drücken auf Öffnen. Dann lädt das ganz kurz und dann öffnet sich dieser Dialog. Da sehen wir nochmal den Pfad Jakob Desktop Daten und dann sehen wir eine kurze Liste, welche Tabellen alles in dieser Datenbank gefunden wurden. In dem Fall eben diese drei Daten und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Hier unten können wir die Daten laden. Klingt jetzt so, als würden wir das machen wollen, wollen wir aber in dem Fall nicht. Wenn wir jetzt auf Laden klicken, sehen wir einfach nur diese Tabelle, die wir hier sehen. Mit der kann man nicht wirklich was anfangen. Was wir machen wollen, ist die Daten zu kombinieren. Hier haben wir drei Möglichkeiten. Wir haben entweder die Daten kombinieren und transformieren. Das werden wir machen, darauf komme ich gleich zurück. Kombinieren und laden kannst du drücken, wenn du weißt, dass alle Dokumente genau gleich aussehen und keine Fehler enthalten und direkt automatisch in eine Tabelle zusammengefügt werden können. Das ist aber meistens nicht der Fall. Kombinieren und laden in kannst du drücken, wenn du diese Tabelle dann in ein spezielles Tabellenblatt hineinfügen möchtest. Wir klicken jetzt einfach mal Daten kombinieren und transformieren, um die Daten eben auszubessern. Dann lädt das ganz kurz und dann öffnet sich Power Query. Das Ganze habe ich dir bis jetzt verheimlicht. Wir werden das Ganze heute mit Power Query lösen. Keine Angst, wir werden wirklich nur die Oberfläche von Power Query behandeln. Wir werden nur ein paar Arbeitsschritte drin machen und das war es auch schon. Falls du dich für ein tieferes Tutorial in Power Query interessierst, bitte schreib es mir unter in die Kommentare. Was wir hier sehen, ist das erste Fenster zur Datenkombinierung. Das musst du wirklich nur ein einziges Mal machen. Wir haben hier die erste Datei. Wir können hier, wenn wir hier draufklicken, können wir eine Datei auswählen, zum Beispiel den Februar. Dann haben wir hier eine Tabelle. Und dann sagt er, ist das diese Tabelle, die du importieren möchtest. Und wir sehen, hier haben wir eben eine Fehlerquelle. Wir haben hier oben unsere Daten, die sind eben in dem Fall korrekt. Aber hier haben wir hier unten lauter Nullen. Das heißt, Excel glaubt aus irgendeinem Grund, das gehört zu unserer Tabelle dazu, aber ist in dem Fall leer. Und das möchten wir natürlich nicht mit importieren. Das ist nämlich eine Fehlerquelle. Wenn wir jetzt ein anderes Dokument anschauen, sehen wir, das macht er jedes Mal so. Das heißt, immer glaubt er, dass unten ein paar leere Fälle dazu sind. Deswegen müssen wir die Dateien jetzt ändern. Wir sagen ja, grundsätzlich stimmt die Tabelle und können einfach mal OK drücken. Dann lädt das ganz kurz und dann öffnet sich auch schon Power Query. Power Query ist jetzt offen und wir sehen unsere Dokumente hier drinnen. Das heißt, wir sehen wirklich, das ist unser FEBER-Dokument. Dann scrollen wir runter, Januar und März. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt ein bisschen bearbeiten. Zuerst wollen wir mal sagen, wir wollen diese erste Spalte nicht haben. Hier ist der Source drinnen und den brauchen wir nicht. In dem Fall wären zum Beispiel die Daten nicht relevant, weil wir da drüben sowieso das Datum haben. Das heißt, wir markieren das einfach. Wenn wir mehrere Spalten markieren wollen, können wir die Shift-Taste gedrückt halten und können die markieren, die wir nicht haben wollen. Aber in dem Fall nur das. Drücken Rechtsklick und Entfernen. Und schon haben wir das so entfernt. Was wir jetzt machen können, ist, wir wollen die Nuller entfernen. Und die Nuller können ganz einfach entfernt werden, indem wir zum Beispiel auf Marke gehen und bei der Marke das Null rausfiltern und sagen, wir wollen die Null nicht angezeigt bekommen. Drücken wir OK. Und jetzt werden immer und überall alle Nullen aus dieser Tabelle hinausgefiltert. Dann sehen wir, aus irgendeinem Grund ist Februar vor dem Januar. Und das Ganze ist natürlich auch nicht korrekt. Und deswegen kann man das Datum immer aufsteigend sortieren. Das heißt, wir starten immer mit dem Januar und gehen dann immer nach unten. Du kannst das natürlich so formatieren, wie du möchtest. Wenn wir jetzt auf der rechten Seite noch rüber gehen, sehen wir, die restlichen Daten sind in Ordnung. Bei dir kann es zum Beispiel passieren, dass die Überschriften nicht richtig angezeigt werden. Dann kannst du folgendes machen. Du gehst auf Start und hier unter Transformieren steht Erste Zeile als Überschrift verwenden. Da klickst du drauf und bei dir schaut das eventuell so aus, dass hier Kolumn 1 oder Spalte 1 steht. Und die erste Spalte steht eben hier unten drinnen. Das heißt, du gehst einfach drauf und sagst Erste Zeile als Überschrift verwenden und schon ist das automatisch drinnen. Was ebenfalls vorkommen kann bei dir ist, dass für jede Tabelle automatisch die erste Spalte, also die erste Zeile, mit in die Daten reinkommen. Dann kannst du das Ganze einfach hier machen, dass du hier reingehst und sagst, ich möchte zum Beispiel das Wort Datum ebenfalls rausfiltern. Jetzt möchte man noch ein paar Formatierungsänderungen machen, zum Beispiel beim Datum. Das wollen wir mit Rechtsklick auf Typ ändern als Datum formatieren. Passt in dem Fall, das heißt, ich klicke es einfach nochmal an, dass Excel auch wirklich klar ist, das ist ein Datum. Was ich da drüben machen möchte, Einkaufspreis, Verkaufspreis und Gewinn sind ja jeweils Währungen. Das heißt, ich kann hier Rechtsklick drücken, dann gehe ich auf Typ ändern und sage Währung. Dann sagt er mal, ich will das verändern, sage ich aktuell ersetzen. Und jetzt sehe ich, okay, das hat er mal als Dollar ersetzt. Das ist vielleicht nicht genau das, was ich haben möchte, ist überhaupt kein Problem. Auf der rechten Seite haben wir die angewandten Schritte. Hier sehen wir ganz genau, was eben geändert wurde. Und hier unten sehen wir geänderter Typ und da können wir auf das X klicken und dann ist das eben rückgängig gemacht. Nachdem wir uns jetzt unsere Tabelle genauer angesehen haben, sehen wir, genau so passt das. Das heißt, wir haben alle zusammengefügt, wie wir es eben haben wollen. Und jetzt können wir einfach oben auf Schließen und Laden drücken. Nachdem es kurz geladen hat, sehen wir eben, wir haben den Tabellennamen, der ist im Grunde immer so wie der Ordner heißt. Den können wir aber hier natürlich umbenennen, wie wir wollen. Auf der rechten Seite sehen wir, wir haben 33 Zellen geladen. Und hier haben wir im Grunde schon unsere Tabelle. Die funktioniert ein bisschen so wie eine Pivot-Tabelle. Zum Beispiel haben wir hier die Überschriften, wenn wir runter scrollen, sehen wir, die Überschriften werden ja automatisch mitgenommen. Was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel, das Datum, sehen wir, ist noch falsch formatiert. Das heißt, wir können uns das anschauen und sagen, wir wollen das bitte als Datum kurz formatieren. Und diese Werte hier, das sind alles Euro-Beträge. Und schon können wir eins nach dem anderen eben richtig formatieren. Und was wir jetzt machen können, wir können aus dieser Tabelle hier Pivot-Tabellen erstellen. Wir können Auswertungen oder Diagramme erstellen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt sind unsere Daten verbunden. Das Ganze speichern wir ab. Jetzt wollen wir natürlich noch eine neue Datei hinzufügen. Das heißt, wir haben hier einen Ordner mit Januar bis März und jetzt ist April. Das heißt, wir haben eine neue Auswertung, in dem Fall April. Bitte darauf achten, dass die Auswertung immer gleich heißt. Das heißt, wenn sie Februar-2022 heißt, dann muss auch die April-2022 heißen. Es muss nicht genau das Format sein, aber das Format muss immer gleich sein. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt mache, ich kopiere die Datei in diesen Ordner rein. Jetzt ist das natürlich noch nicht hinzugefügt. Das heißt, wir haben hier 34 Zeilen und der März ist die letzte Spalte. Das Einzige, was wir jetzt machen, wir drücken Rechtsklick auf Aktualisieren. Und wir sehen, wir haben 45 Zeilen und der April wurde automatisch hinzugefügt. Das heißt, mit nur einem einzigen Klick hast du eine neue Auswertung hinzugefügt. Du kannst hier ganz normal weiterrechnen. Mit Pivot-Tabellen und Co. ist das natürlich alles kein Problem mehr. Und das war es im Grunde schon, wie du mehrere Tabellen aus mehreren Tabellenblättern ganz einfach zusammenfügen kannst. Falls dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, überleg dir das zu tun. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. So zusammengefügte Daten bringen natürlich relativ wenig, wenn du keine Übersicht und kein Dashboard hast. Aus diesem Grund würde ich dir wirklich dieses Video hier empfehlen. Dort erkläre ich dir, wie du aus diesen Daten dann ein übersichtliches Dashboard erstellen kannst, mit dem du dann ganz einfach weiterarbeiten kannst, mit dem du diese Tabellen dann extrem übersichtlich darstellen kannst und noch mehr Zeit beim Arbeiten sparen kannst. Es freut mich, dass ich dir helfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.